Hallihallo Alöchen, es ist Freitagnachmittag und es gibt mal wieder drei neue Episoden A15 Level. Dann gucken wir doch schnell mal, ob der Graf Friedermaus schon auf der Suche ist. Dann gucken wir nach dem Raketenrausch und starten mal fix die Stunde. Da geht hier in der Regel auch was. So, dann. Bei vier Gewind muss ich erstmal einen neuen Glasur Level machen. Ich hoffe, der Rest kommt dann auch mit ins Boot. Ja, und da gucken wir mal, was die anderen so machen. Meine Helferlein. Und ja, dann würde ich es mal sagen. So, einmal kurz gucken. Ich glaube, da bin ich noch gesperrt. Ach, ich versuch's mal eben. Ich versuch's mal eben. Ist ja schon ziemlich weit fortgeschritten. Wahrscheinlich haut das nicht hin, aber dann hab ich's zumindest versucht. Und kann man mit fünf gespielten Leveln das Ganze wieder aktivieren. Um, 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 um. Um. Um, 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 um. Um, 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 um. So many wishes. Tasty. Das gibt nichts. Wie erwartet aber, dann kann ich Wiesensnap mit den nächsten 5 Leveln das Ganze wieder befreien. Und meine beiden Kumpanen da oben mit. Äh, wobei er jetzt gar nichts sagt. Aber normalerweise ist es ja so. Wir schauen mal. Ach ja, machen wir das halt auch noch klarer. Wie geht's not? da bin ich auch schnell mit durch und jetzt kann ich da endlich loslegen also 14.651 hmmm Das war's. Juicy. So good. So good. So delicious. So delicious. Das Rauschen im Hintergrund ist wieder die Klimaanlage. Achso. Weil es mal wieder sehr warm ist. So. 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 ...mensch... ...to mine. 4 Sterne gehen auch schnell. 4 Sterne gehen. 4 Sterne gehen. 5 Sterne gehen. Tschüssi. Ich... Ach, nee, komm. Am Ende reichen die fünf Züge mehr nicht und naja, passt so besser. Ich... Ach, nee, komm. 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 Ja, jetzt muss ich auf die anderen warten. Und mach mal weiter. Ich... 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 Okay. Ich... 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 So delicious. So delicious. So delicious. So delicious. Das war's für heute. 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 Okay. 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 Gypsy Dasty 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 kommt junge ist mir alles so unsicher so delicious ja 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 DIVINE Soda fresh So delicious Keine schlechte Ausschüttung So delicious So delicious So delicious Soda fresh Do you see DIVINE 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 Und das war es erstmal für die Episode. Und das war es erstmal für die Episode. So, nach einer glitzekleinen Unterbrichung geht es dann gleich mit der nächsten Episode weiter. Aber fürs Erste, bis dahin. Tschüssi.